Herzlich willkommen in der Städtischen Galerie Wolfsburg. Heute hier zu Gast bei mir Lino Heisenberg, Stipendiat des Stipendiums Idee und Abdruck, das wir gemeinsam vergeben mit der Braunschweigischen Stiftung und dieses Jahr 2022 hat Lino das Stipendium Idee erhalten und wir stehen kurz vor der Präsentation in der Remise des Kunstvereins und wollen heute über die Arbeit von Lino sprechen, sein künstlerisches Schaffen, aber davor stellt er sich uns persönlich kurz vor. Ja, also mein Name ist Lino Heisenberg. Ich bin freier Künstler und lebe in Braunschweig und mein Fokus in der Praxis liegt zu größtenteils auf neuen Technologien oder digitalen Technologien, also Film, Video, Internet-basierte Medien, VR, alles in die Richtung. Lass uns vielleicht mal kurz diese Schleife ziehen von Meisterschüler bei Candice Price und ja jetzt zum Stipendium hin, wie verliefen so die Jahre nach dem Abschluss und gab es da irgendwie für dich auch eine Richtung künstlerisch, auf die du dich vielleicht nochmal fokussiert hast, also vielleicht auch thematisch und wie führte das dann jetzt zu dem Stipendium Idee und der Arbeit, die du ja dann jetzt auch demnächst im Kunstverein vorstellen wirst? Also ich muss dazu erwähnen, dass ich nicht von Anfang an in der Klasse von Candice war, sondern ich hatte so ein sehr durchwachsendes Studium, wo ich im Bereich Druck war, im Bereich experimentelle Zeichnung, dann war ich in der Skulpturenklasse und dann war ich erst zum Schluss bei Candice, wo ich dann auch den Meisterschüler gemacht habe. Das heißt, das waren sehr viele gemischte Sachen über die Jahre und ich arbeite auch immer noch sehr gemischt. Und nach Ende des Studiums habe ich mich tatsächlich erstmal nochmal an einigen Sachen, die ich im Studium schon machen wollte, aber wo noch keine Zeit für da zu Ende abgearbeitet. Und wo ich aber immer schon ein Interesse für hatte, waren Narrative und Erzählungen. Also meine ganzen Arbeiten, egal ob das jetzt im Druck ist oder ob ich Fotos mache oder ob ich Videos mache oder Videospiele mache. Es geht meistens darum, dass irgendeine Geschichte oder bestimmte Informationen auch sprachlich aufgearbeitet werden. So Dinge wie Nerdkultur, Mensch, Technik, Spiele, du hast ja schon gesagt, interessieren dich vor allen Dingen. Wie kam es jetzt zu der Beschäftigung der künstlerischen Auseinandersetzung, auch in Form dieser Erzählungen, die du jetzt für das Stipendium Idee ausgearbeitet hast? Also ich bin ein typisches Internetkind der frühen 2000er und ich bin dem auch nie ganz entwachsen. Das heißt, ich bin sehr vertraut mit einer Menge schräger kleiner Online-Kulturen oder zumindest Online-Kulturen, die einem schräg erscheinen müssen, wenn man da nicht so beheimatet ist. Das mache ich schon über verschiedene Jahre. Ich sammle einfach bestimmte Informationen aus diesen kleinen Subkulturen und eine, an der ich dann sehr interessiert war, eine ganze Weile waren die sogenannten Fiction Kin und die Fictosexuals. Also Leute, die mit fiktionalen Persönlichkeiten, zum Beispiel jetzt einfach Mario aus den Super Mario Brothers spielen oder Spider-Man, ganz, ganz enge Beziehungen aufbauen. Wirklich so, dass sie es selber auch so behaupten würden, dass sie sie persönlich kennen oder dass sie sogar irgendwie eine sexuelle Beziehung mental zu denen aufgebaut haben. Oder aber sich selbst als diese Figuren beschreiben. Also dass sie selbst sagen, sie seien Spider-Man. Und das sind jetzt keine Leute, die irgendwie psychisch erkrankt sind an irgendwas, sondern das ist eine bestimmte Position, die die einnehmen auch in diesen Online-Kulturen. Das hat viel zu tun mit so den, die etwas bekannteren wären jetzt Furries, von denen hat, glaube ich, jeder mal gehört. Leute, die in so Hunde-Wolfskostümen sich online darstellen. Und was, so die typische Reaktion auf diese Leute ist immer erst mal dieses, ach, wo kommen wir da hin, die Jugend von heute. Und die sagen ganze Kram. Das finde ich immer so ein bisschen langweilige Auseinandersetzungen, was das Internet mit uns macht und so. Sondern mich interessiert eher, ob in diesen oberflächlich betrachtet erstmal etwas blödsinnigen Subkulturen oder blödsinnig erscheinenden Subkulturen nicht doch irgendwie ein subversives Element drin ist. Der Mensch hatte, und kulturell ist es ja belegt, schon immer das Bedürfnis, auch ab und an jemand anders zu sein. Und, sag ich mal, damit vielleicht auch die eigene Rolle, die eigene Identität nochmal zu hinterfragen, zu reflektieren, aus der eigenen herauszutreten. Und über dieses Heraustreten vielleicht in einer anderen Form auch mit anderen wieder in Beziehung zu treten und zu kommunizieren. Also ich denke, da gibt es auf jeden Fall ein starkes Bedürfnis, kommen wir jetzt auf das zu sprechen, was jetzt für deine aktuelle Arbeit interessant ist. Also Wesen, Twitterwesen, die mit diesem Realen für uns, also mit dem wir umgeben sind, halt eben nicht mehr so viel zu tun haben, allem Anschein nach. Auch was das Äußerliche betrifft, auch was, sag ich mal, das, was sie an Skills zum Teil haben. Und da stellt sich dann vielleicht so die Frage, okay, also wie ist da das Verhältnis zur Realität? Ist es wirklich jetzt superfiktional und hat damit gar nichts zu tun? Oder sind da doch, und ich glaube, das ist die entscheidende Frage, sind da doch noch sehr wesentliche Bestandteile dessen da, was wir sozusagen als Realität sehen und empfinden, vielleicht eben auf einer anderen Wahrnehmungsebene? Also du hast ja jetzt ganz viele Punkte angesprochen. Das Erste wäre natürlich, die meisten Menschen können total nachvollziehen, dass sich jemand mit bestimmten mythologischen Figuren vergleicht. Zum Beispiel jetzt Sisyphos als so ein klassisches Beispiel, was so jeder Arbeiter hat sich mal irgendwie damit verglichen, jeder Büromensch. Weil die so bestimmte Grundmodi, die man kennt, ansprechen. Und Spider-Man kommt einem jetzt erstmal eher vor wie eine kommerzielle Figur, aber der ist ja auch einfach, er ist der Heldentypus. Er ist ja auch fast schon klassisch mit diesem, ja, mit diesem Weg des Helden. Also, oder Hero's Journey. Also mit diesem klassischen Konzept, den kann man ja da super einfach reinbauen. Also diese kommerziellen Figuren sind auch eine neue Form von Mythos. Spider-Man ist jetzt auch gar nicht mehr so neu. Für die Arbeit dann habe ich zum Beispiel dann gezielt nach Leuten gesucht, die eben auch keine Teenager waren, sondern es waren erwachsene Menschen, die, das war mein Ausschreibungskriterium, sich persönlich stark mit einer fiktionalen Figur, mit einer fiktiven Figur identifizieren. Wie sie das genau meinten, war mir dann egal. Ob das jemand war, in denen sie eine fiktionale Figur, in die sie verliebt sind, oder eine, von der sie selbst denken, dass sie es sind, oder wo sie sich einfach nur damit verbunden fühlen, oder ob es eine ist, die sie spielen. Zum Beispiel in einem Tabletop-RPG. Und ich habe dann auch zwei gefunden. Eine Person aus Deutschland und eine Person aus Südkorea. Da hatte ich großes Glück, dass ich an die beide gekommen bin, mit denen ich darüber gesprochen habe, was ich machen will. Und ich werde hier jetzt auch noch nicht genau erklären, was die Arbeit ist. Die sich dann beide zu langen Interviews mit mir bereit erklärt haben. Und dann sagen wir, wir haben diese Figuren einfach mal zum Sprechen gebracht. Aber dann haben wir ja hier, wie ich finde, zwei ganz spannende Elemente, die sich auch auf den ersten Blick diametral entgegenstehen. Also einmal diese Auseinandersetzung mit diesen Figuren aus Science-Fiction auf der einen Seite. Und dann das, was du meinst, dass du die interviewt hast und zum Sprechen gebracht hast. Man zerrt sie damit ein bisschen mehr in die Realität, als den Figuren eventuell guttut. Aber das ist auch gerade diese Schnittstelle von, wo tritt das über aus der Fiktion in das Alltagsleben und wo ist das Alltagsleben eventuell auch mal fiktiv. Das ist ja eine Schnittstelle, die ist durchaus sehr interessant. Wie würdest du das beschreiben, diese Zusammenführung von diesem fiktionalen und dokumentarischen? Ich meine, du hast ja angerissen, dass du sagst, okay, wir befinden uns auch im Alltag relativ häufig in diesen Narrativen und Modi der Erzählung. Und was davon ist sozusagen real und wo ist auch hier dieser Anteil des Fiktionalen innerhalb der Erzählung? Und wie wirkt sich das im Grunde genommen auf unser, würde ich mal sagen, auf unser Leben und auch auf unser Zusammenleben vielleicht aus, oder? Ist das so eine Fragestellung oder eine Auseinandersetzung, die du künstlerisch auch führst, wo du dann sagst, okay, über diesen Weg, über diesen künstlerischen, eben diese sehr entgegengesetzten Dinge zusammenzuführen, auch das, also künstlerisch, aber auch kritisch zu hinterfragen, also wo, also wie viel Anteil Fiktionalen braucht es oder benötigt es auch nicht oder gibt es so etwas wie das rein Reale? Und ist das, also können wir darüber, also macht es uns als Menschen denn, ist das der Punkt, der uns als Menschen ausmacht? Ist das so ein Stück eine Fragestellung, die sich dir stellt, mit der du versuchst, dem auch nachzugehen? Wenn ich diese, 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 diese Liminalen, diese Grenzfälle auslote, wenn ich die nachverfolge, dann interessiert mich natürlich, wo das, wo das einfach plötzlich mal etwas offensichtlicher verschwimmt und wie man das dann übertragen kann auf, wo man selber vielleicht auch schauspielert, wo man selber sich auch erzählt, wo man selber sich auch präsentiert. Also das, dieser, was ich am Anfang gesagt habe, dieser krasse Unterschied von diesen Kids, was die da im Internet machen mit ihrem Schwachsinn. Und da, es gibt diesen Begriff, das Cringe, der ist ja bekannt. Und ich glaube, man cringet, weil man sich selbst auf eine peinliche Art und Weise erwischt fühlt. Wie gehst du da vor? Also wie kann man sich das vorstellen? Sind das Drehbücher, die du vorher schreibst? Sind das Skripts? Also ist das sehr detailliert? Oder ist es, also lässt, wie viel Freiraum, Spielraum gibst du dann auch dem Zufall? Also oftmals ist es ja so, dass man das gar nicht alles so stark ausformuliert und dann, sag ich mal, den Aktor, also auch den Darsteller, die Darsteller machen lässt. Und die da sozusagen, wie sind da die, wie ist da denn vorgehen? In den meisten Fällen finde ich eben bestimmte Arten von Informationen, die mich interessieren. Und dann lege ich einfach erst mal so eine Notizsammlung an. Das sind dann Zettel, die teilweise so über drei Jahre rumliegen, bis ich sie wieder einsammle. Oder Sachen, die ich schnell auf dem Handy irgendwie dokumentiere. Oder die ich auf dem Laptop schnell nebenbei schreibe, während ich eigentlich was anderes tun sollte. Jeder hat mal so kleine Einfälle zwischendurch und dann finde ich Informationen und speichere die ab. Und ich habe mehrere Programme, die mir einfach ganze Webseiten runterladen, weil ich tierische Angst habe, dass eines Tages einfach das Internet verschwindet. Und das sammle ich alles. Ich schreibe daraus dann teilweise ganze Bücher und gucke, wie kann ich das vernetzen? Kann ich da am Ende was rausbekommen, was nicht nur mich interessiert, sondern arbeite ich da an irgendeinem Thema, was für andere auch interessant sein könnte? Also weil im Grunde genommen sprichst du ja viel oder setzt dich eben mit der Rolle damit auseinander. Also was ist das mit dieser Identität? Wir haben ja nicht nur eine, wir sprechen ja über Identitäten. Wann, wo treffen wir auf die, wo verändern die sich, wo, was du ja auch schon gesagt hast, wo nehme ich jemanden wahr, also dieses Feld der Eigenwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung, wo schreibe ich jemandem etwas zu, was vielleicht auch total falsch ist? Wo sind die ganzen Vorurteile, die wir haben, die wir mitbringen, die wir auf andere übertragen? Ich glaube, das ist auch etwas, was in deinen Arbeiten doch immer auch mitschwingt. Ich denke auch jetzt, in der du uns präsentieren wirst in der Remise im Kunstverein. Zu Beginn hattest du ja auch davon gesprochen, ja, also dieses Motiv der Heldenreise, also du hast ja über Superman gesprochen oder Batman, oder ist ja egal, das sind ja alles diese Superhelden. Aber denen wird ja was klar Positives zugeschrieben. Das ist ja bei Predator nicht so. Der ist zumindest in den meisten Filmen auf jeden Fall nicht der Held des Franchises. Nee, weil der Held ist ja sozusagen der oder die Figur, die ihn überwindet. Genau. Ja, es ist weniger oft eine Figur statt ein Hindernis oder halt das Monster. Es ist halt das Monster. Ich bin auch eben interessiert gerade am Monster. Was ist unser Verhältnis auch zu Monstern? Ich zitiere in dem Film zum Beispiel auch Creature of the Black Lagoon, den Film aus den 50er Jahren. Oder King Kong. Da ist immer so dieses Spannungsverhältnis von, es ist so eindeutig, das sind rassifizierte Figuren. Da ist ein rassistischer Code zum Beispiel häufig hinter. Da ist eine bestimmte Angst vor dem anderen drin. Oder da ist auch diese Angst vor, die kommen und stehlen unsere weißen Frauen. Und das Interessante an dem Predator aus den 80ern ist, dass er körperlich die, finde ich, sexuell aufgeladen Style dieser Figuren ist. Er läuft in Netzstrumpfhosen rum. Er hat eindeutig eine männliche Anatomie. Er hat dieses Gesicht, das so eine Vagina dentata ist. Aber er hat überhaupt gar kein Verhältnis zu Frauen in dem Film. Es gibt eine weibliche Figur und die ignoriert er vollständig. Und stattdessen ist er hinter all den sehr muskulösen männlichen Charakteren her, wo die auch wenigstens einer davon tritt als homophob in dem Film. Auf uns so der massiv homosexuelle oder homoerotische Unterton in diesem Film, der ist ja dem Publikum auch klar. Also viele Leute, die den Film heute noch rezipieren, die merken das ja. Männer allein im Wald. Und Shape of Water war ja ein Riesenhit. Guillermo del Toros Film. Was genau das ist, die weiße Frau wird plötzlich nicht mehr vom Monster entführt, sondern sie hilft dem Monster und sie baut eine Beziehung mit ihm auf. Und sie will mit diesem Monster auch durchbrennen. Das haben wir ja bei King Kong auch. Genau. Kommt drauf an. Also das alte Original aus den 30er Jahren, eindeutig nein. Aber dann hat sich das ja auch in so eine Richtung entwickelt. Genau, mit Peter Jackson entwickelt sich das schon sehr eindeutig in die Richtung. Aber da ist es dann noch eher so, man gehen sie noch sehr safe damit, indem sie es eher zu so einer, ihr Verhältnis zu einem wirklich großen Welpen machen. Und bei Shape of Water ist, da geht es dann, ist ja vollkommen klar, dass diese Figuren Sex haben. Es geht hundertprozentig dann in diese Richtung. Also wie das Verhältnis, das gesellschaftliche Verhältnis, das gesellschaftliche Verständnis vom Monster zum Monster sich ändert, finde ich fürchterlich spannend. Ja. Das Einfachste wäre, wie sich unser Verhältnis zu Vampiren geändert hat. Von die Aristokraten, die einfach so ganz klar gezeichnet sind als, das ist der Landadel, der uns aussaugt, der uns ausbeutet. Wir sind jetzt in so einer Zeit, wo wir Multimilliardäre und Multimilliardäre bewundern, wie so ein neues feudales Verhältnis aufgebaut haben. Und gleichzeitig sind Vampire von einer Bedrohung zu so einer erotischen Sehnsuchtsfigur geworden. Und was du machst, ist ja sozusagen, du gehst diesen, du versuchst ja auch diese Mechanismen, du analysierst die ja, schaust sie dir sehr genau an, also du, ich will nicht wissen, wie oft du Predator geschaut hast. Also mehr als zehnmal definitiv, oder? Wahrscheinlich mehr als zwanzigmal. Ich weiß es tatsächlich nicht, ich zähle nicht, damit ich mich nicht schlecht fühle. Ja, aber du schaust ja wirklich, also du schaust es tatsächlich auch komplett anders als, sag ich mal, der normale Konsument, der sich normalerweise das ein-, zweimal reinzieht. Der normale Konsument möchte Arnold Schwarzenegger sehen, wie er im Dschungel kämpft. Genau. Das ist die Hauptsache. Oder das ist so der Vorwurf. Ich, wie gesagt, ich unterstelle auch dem normalen Konsumenten etwas mehr Intelligenz, als Hollywood es eventuell tut. Ich glaube auch, jemand, der Predator einmal gesehen hat, der guckt es nur beim ersten Mal wegen Arnold Schwarzenegger. Danach sind andere Sachen interessant. Es ist dann interessant, dass ihr sagt, es ist der erste Horrorfilm, der komplett, fast komplett zumindest, erst mal am Tag spielt und in einem richtigen Dschungel und in dem so dieses Männlichkeitsverhältnis so ausgelotet wird. Und das kann vielleicht so der Standardkonsument nicht alles verbalisieren, was ihn daran interessiert. Aber Muskelmänner angucken ist vielleicht einfach bei Viewing 1 interessant, weil man den Namen Schwarzenegger kennt. Wobei wir das an anderer Stelle ja in der Filmgeschichte auch haben, wo Aliens die Welt bevölkern und die Menschheit bedroht ist von diesen Aliens. Und das ist ja sozusagen, da kommt eine neue Spezies auf die Welt und bedroht diese. Also das ist ja auch ein Szenario, sag ich mal, was schon recht alt ist und immer auch gut funktioniert hat. Weil in dem Moment, wo die kommen und die Menschheit bedrohen, müssen wir, und das ist ja auch so eine Form der Narration, müssen wir als Individuen zusammenstehen, auch in unserer ganzen Unterschiedlichkeit zusammenstehen. Also auf einmal werden, also kooperieren Individuen, die vorher nicht miteinander kooperieren würden, in dem Moment sehr wohl miteinander. Also das findet man ja, Predator ist da ein Stück weit darauf ja auch, also erzählt diese Geschichte ja auch mit. Also das sind ja Narrative, die wirklich schon alt sind. Und du sagst, bei Predator wird es nochmal auf eine besondere Art und Weise erzählt und artikuliert, auch in Bezug auf eben diese Figur, auch über ihre Erscheinungsform. Das ist ja das, also weil es ist ein klares Twitterwesen, was dort offensichtlich uns entgegentritt und auch wieder verschwindet, weil der kann ja auch unsichtbar werden. Das ist ja das Blöde bei der ganzen Geschichte, also man sieht das Ding ja nicht so richtig oder die meiste Zeit sieht man es gar nicht, meine ich mich zu erinnern. Also das ist wirklich dann auch auf der anderen Ebene diese, also steigert das nochmal die Bedrohungslage besonders, weil es halt eben das Unsichtbare ist, filmgeschichtlich auch eine alte Kiste eigentlich. Also mit den Geistern und diesen Unsichtbaren hatten wir auch schon ewig viel zu tun gehabt. Aber wenn es auftaucht, ist es eben dieses Twitterwesen, was, sag ich mal, nochmal irritierender wirkt, weil man das einfach auch nicht richtig zuordnen kann. Was ist das? Nicht Fisch, nicht Fleisch, nicht Mann, nicht Frau, irgendwas. Und zugleich, wie du sagst, Kämpfer und Jäger, also der sich sozusagen im Grunde genommen auch ein Stück weit natürlich verhält. Ich meine, das wird, sag ich mal, auch miterzählt und auch geframed insofern, dass es auch alles eben im Dschungel stattfindet, also in diesem ursprünglichen Habitat. In dem Sinne hoffe ich, dass viele zu der Ausstellung und zu der Präsentation kommen ab dem 15. Juni in der Remise im Kunstverein Braunschweig. Wir bieten ein Rahmenprogramm und auch viel Gelegenheit, deine Arbeiten und dich kennenzulernen und Fragen zu stellen. Ich bin sehr gespannt auf die Neuproduktion, die du in der Zeit des Stipendiums erarbeitet hast und dann dort erstmalig quasi als Uraufführung dann vorstellen wirst und freue mich auf die nächsten Besuche hier in der Städtischen Galerie und die nächsten Gespräche, die wir führen werden.